So. Einmal ins Schlösschen. Ist nicht so schnell, warte. Ja, natürlich noch den richtigen Auftrag. Auswählen. Der Auftrag ist nämlich... Ähm... Der da. Stadt sieht sehr schön aus. Ja, Stadt sieht wirklich extrem nice aus. Obwohl ich, ähm... halt an der Grafik wirklich... sehr vieles runtergedreht habe. Äh, also was heißt sehr vieles? Eigentlich nicht wirklich viel, sondern Raytracing halt so ein bisschen runtergemacht, aber es sieht trotzdem noch mega aus. Sagen aber, glaube ich, noch ein klein bisschen geiler aus, als wir alles anhatten. Aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So. Ja, wir können nicht durchkommen. Ähm... Ich muss wissen, wo denn jetzt bitte... Wo ist denn das... Wo soll denn das sein? So. Das ist das Wachhaus. Und da hier unten irgendwo... Hier muss so ein Hintereingang sein. Hallo. Ähm... Ich glaube, ich ziehe mal trotz... Ich ziehe mal meine Kleidung an. Hier darf ich sein, ne? Ja. Ja. So. Hier muss irgendwo ein Hintereingang sein. Ja, hier, ne? Und der ist offen. Gut. Das heißt, ich brauche hier eine Bank. Ist hier so eine Bank, wo ich mich hinsetzen kann, um ein bisschen Zeit vergehen zu lassen? Kann sein, dass sie nicht... Nee... Wait. Kann ich hier überhaupt überall... Kann ich hier überall rein? Ja. Ähm. Was? Der wache Sachen-Clown? Niemals. So was würden wir niemals tun. Hallo? Wer bist du? Hallo? Ich hab die vornehme Kleidung an. X-O-F... Schick gemacht hier. Ja. Eines Soldaten im Dienst. Ich komme nicht umhin, es seltsam zu finden. Früher hat er irgendwann einen vasalen Schadenweise um den Riftstein herum. Aber ich habe schon einige Zeit keinen einzigen mehr gesehen. Es ist schwer vorstellbar, wohin sie verschwunden sein könnten. Und ich frage mich, ob darüber berichterstattet werden sollte. Okay. Wo ist denn der Riftstein? So, also das Arbeitszimmer ist... Wo ist denn das? Ist das oben? Ich muss halt vorher mal abchecken, wo das ist. Weil ich weiß, wo ich mich hinschleichen muss. Scheinen keine... So. Gäste-Gemächer. Oh. Ähm, ähm, ähm. Äh, okay. Aber das können wir wahrscheinlich für viel Geld verkaufen. Was ist das? Hier kann man nicht durch. Hallo. Ja, ja. Ähm, was ist das hier? Sven's Gemächer? Hi. Hallo, Sven. Ja, das ist doch wahrscheinlich... Also, ich bin mir relativ sicher, das ist der... Das ist der Boy, der der Erweckte sein soll. Der ist eigentlich ganz nett, aber seine Mutter ist halt... Ich kann hier rein? Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ich war hier nie drin. Hi. Was ist das? Ah. Dieses Gemächer. Okay. So. Wir müssen aber definitiv bei Nacht da rein, ne? Okay. Nee. Das... Okay. Anwesenheit wird nicht länger toleriert. Was soll das? Wann? Ähm. So, ist jetzt das das Zimmer? Nee. Das ist das Wachhaus. Oh. Okay. Hi. Hi. Also, das ist das Wachhaus. Muss man irgendwie noch höher gehen? Geht's da irgendwie weiter hoch? Das ist bestimmt der Drohensaal, oder? Hallo. Hallo. Wir gehen da mal wieder raus. Drohensaal weiß ich jetzt nicht so, ob wir da rein dürfen. Huch. Äh, äh, ähm. Hat keiner gesehen. Einfach mal durch die halbe Dreppe gebagelt. Also, Gäste... Gemächer... Vielleicht auf der anderen Seite irgendwie. Ah, hier geht's noch weiter hoch. Wachturm. Ähm. Hallo? Hm? Ähm, okay. Gehen wir aber gleich weiter hoch. Hier ist aber noch eine Truhe. Die muss man natürlich, äh... Die muss man natürlich zärtlich öffnen. Und sich die 1100 Gold da rausholen? Okay, ne einzige reine Stolperfalle hier. Ja. Die muss man natürlich zärtlich öffnen. Oh, es hat gespeichert. Oh, es hat gespeichert. Was ist denn das? Man, das ist nicht Disney. Mensch, Uwe. Das ist ein Spiel mit einer One-Time-Revive-DLC. Ja, das ist. Es ist stupend, aber du brauchst es nicht. Ich bin ehrlich, du brauchst eine One-Time-Revive, wenn du nicht so schlecht bist. Okay, 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 okay. So, können wir ganz nach oben. Ah, Ruhe. Let's go. Neuich. Kettenpanzer und Wachenpaube. Okay. Okay. I like. I like. I like. Laterna halb voll. Hm. Gehen wir mal hier hoch. Oh Gott. Starrer Blick des Drachen. Wolfsbogen. What the hell? Okay, first. Hm. Oh, dem kann ich das nicht geben. Wenn du den Gegenstand Starrer Blick des Drachen einsetzt, werden Lazarus Splitter auf der Karte angezeigt, weil das die Anzahl und Position der Splitter, die gefunden werden können, mit der Zeit ändert. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, ist das ein Consumable? oder aber ja, es könnte sein. Es könnte sein, dass das ein Consumable ist. Ah. Uh. Kann ich das Horn blasen? Hehehe. Hehehe. Kann ich das Horn blasen? Hehehe. 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 Dann gehen wir mal wieder runter. Noch einmal die Truhe hier auf. Explosionspfeile 10. Hehehe. 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 Und wir fahren mit dem Aufzug. Ding. Hehehe. Hehehe. Die Es kann gut sein, dass das wirklich dieses Arbeitszimmer ist. Was das dann bedeuten würde, das wäre hier. Das sind dieses Gemächer. Das heißt, hier irgendwo. Und hier müsste man nachts rein. Oder wirklich in die königlichen Gemächer. Also hier so rein. Das hier ist zu. Dienststelle. Gästegemächer waren wir drin. Die Dienststelle ist noch zu. Gehen wir mal einfach bei Nacht hier rein. Ich glaube, wir können ja einfach hier raus. Jawohl. Irgendwo hier davor war doch so eine Bank oder so. Äh, das da war... Das da ist nicht gut. Nee. Setzen. Wir nicken ein. Nice. Let's go. Wir sind wahrscheinlich dort nicht mehr erlaubt. So, wo soll eigentlich der da noch mal sein? Ruhestätte, das tun ich's gut. Okay. Äh, das war auch wieder falsch. Ja! Wir kommen da nicht mehr rein, glaub ich. Wir gehen einen anderen Weg, den wir gelernt haben. Hi. Nee, kurz durch. Geh, das war nicht mehr. Ich freue mich hier. Schuhe. Mhm. Wie schon haben wir? Haben wir schon? Spät genug? ganz leise ich bin nicht so hundertprozentig sicher ob wir jetzt durchkommen das ist die bedienten stelle gut jetzt direkt nicht wiederholen ja nice oh ja ha oh hello gott sei dank haben wir dem oft genug geholfen glaube ich mhm aha aha tun wir das dann ist es gar nicht er er ist einfach nur der sohn ok 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 ja mach ich durchs fenster wie überleben wir das ok ok ja das war auf jeden fall deutlich einfacher als bei dem gefängnis ne will ich jetzt einfach mal nur gesagt haben was mit ihm hier ist weiß ich nicht tschüss bei dann gehen wir jetzt mal zum hauptmann wir haben alle drei quests gemacht wir haben die monster gejagt wir waren wir haben den magistrat geholt und wir haben die ähm so ein schnipsel wir waren da jetzt geht's ab zum hauptmann der in seiner schenke ist die glaube ich hier ist hier äh hier konnte man nicht durch hier konnte man auch nicht durchlaufen warte wo war das nochmal äh war das hier irgendwo rein hier so ne wer bist du denn ok hi hallo hauptmann hauptmann habe ich habe ich kommen sie kommen sie mit kommen sie mit kommen sie mit kommen sie mal in unseren stammtischchen hier so äh bevor wir reden lassen sie mich noch kurz umziehen gucken sie kurz weg ist ja nicht ansehnlich äh da haben wir schon an da haben wir auch an so einmal meine meine robe wieder so und das da wieder dann fühle ich mich auch wieder in ordnung so hallo also reden wir mal über die man zeigt gut mich nach sch na 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 7000 gold ist der besser naja der ist besser dann nehmen wir doch den den kann ich jetzt aber mal jörg geben und ich glaube die wand waren die schlechter ich gebe das trotzdem mal jörg dann gehen wir mal auf den guten jörg kettenpanzer ne der sogar der ist besser weil er kann ja noch aufgewertet werden müssen wir dennoch aufwerten bei denen hier bin ich mir nicht sicher kann natürlich sein dass die hier vielleicht sogar wirklich besser wären gut warte mal ach gut ich wollte gerade sagen hat ja kein schild mehr ok 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 ja lass mal noch mal reden lass mal noch mal reden so 7000 dort könnte ich mir ja über die königin regenten ja könnte ich es war ein stück des briefes der zerrissen wurde das wappen von batal und der name diesjahr sind noch zu erkennen hauptmann brennt sollte ihn sehen die mit denen zu schaffen ok ja ich möchte meine auswahl liefern wahrscheinlich um mich wegzuschaffen bin ich auch der meinung das ist glaube ich der moment wo er jetzt so weg geblendet wurde und dann wieder reingeblendet wurde da wurde glaube ich geguckt ob wir das mit dem sohn verfolgt haben das könnte halt gut sein ja ich weiß gar nicht ne also hätte ich ja hätte ich ja eigentlich gar nicht machen müssen aber danke ähm ich weiß gar nicht ne also hätte ich ja hätte ich ja eigentlich gar nicht machen müssen aber hätte ja nicht sein müssen ne aber 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 danke ne so 6500 die die kann man mal nehmen die kann man mal nehmen äh ja über den magistrat ja 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 mit wie viel geld der aber auch rumlaufen muss so hast du hier mal 7000 hast du hier mal 6500 hier hast du noch mal 7000 und wir sind ja lange nicht fertig mhm mhm so maskuba mhm 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 also mhm 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 r Ja, 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 klar, natürlich. Mhm, so, falscher Souverän. Mhm. Süßem Kronblumen. Mhm. 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 Ja, okay. Machen wir. Machen wir. Machen wir, machen wir. Äh, Aufträge, so. Oh, wir müssen nach dem, wir müssen der noch Toxinium bringen. Das heißt, wir könnten jetzt rausgehen und ein bisschen was fighten. Daphne müssten wir auch, äh, ja gut, aber Daphne ist dann, naja, eine Woche lang da in die Unterkunft. Und wir müssen noch einmal nach Havere zurück. Das waren die dich. Das waren die dich. Äh, dann lasst uns mal zu unserem Häuslein. und dann- Oh, 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 oh! Einmal nach Hause. Du, 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 du. Ich tu grad so, jetzt wüsste ich, wo ich hinlaufe, aber nur, weil ich es auch weiß. Hallo Wir Ruhen uns gar nicht aus Ich wollte einfach nur hier mal hingehen Falls da irgendwie was ist Wir gehen nach draußen Und bekämpfen jetzt noch etwas Mal wieder ein bisschen fighting Das ist ja immer wieder schön Dass man so ein bisschen Laberquests hat Und ein bisschen schleichen Und so Aber manchmal muss man sich auch einfach auf die Fresse geben Manchmal muss einfach Fäuste gesprochen werden Oder Zauber um die Höhung geflogen Bekommen Das ist halt einfach so Hallihallo Wieder? Wie wieder? Level 25 Wundarzt? Kann ich nicht mitnehmen Ich hab nur 344 Holy Wer bist du? Bist du auch noch einer? Ah guck mal Level 17 Dich würde ich gerne anheuern Äh Nevermind Dich würde ich doch nicht anheuern Es tut mir leid Ich bin schlechter als auf meine Gruppe Bin nochmal hier Level 18 Nee Erhalte Goldkäfer Neunmal Und ein Gold Wer macht denn sowas? Ah Wer macht denn sowas? Ach guck mal Da sind schon die ersten Gegner Also das finde ich ein bisschen lächerlich Wenn man da hingeht Und seinen Vasallen ein Gold gibt Also Ich weiß ja nicht Aber Das finde ich halt ein bisschen doof Hat der was fallen gelassen? So Toxinium oder so? Na guck mal Ja Sehr schön Ach Ist er schon rum Oder was? Ist er schon dead? Nee Nice Ja Wir bauen halt noch ein bisschen von dem Toxinium So Ich muss das da auch mal wirken Das ist ja jetzt besser Ja Ist ein bisschen größer geworden Auf jeden Fall Wir sind sehr viel größer geworden Hä Was bist du denn? Ach Da wurde ein Ochse in Flammen gesteckt Okay Weg mit dem Zack 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 Tschüss 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 Wah Das dauert jetzt aber Oh What? Wie geil war der Zauber denn? Super Lightox Oder auch nicht So Bäschen Räbchen Willst du noch ein bisschen Toxinium einsammeln? Hä? Was ist mit ihm hier? Hoch Ähm Ähm Gegenstände Geben Wir müssen dem mal ein bisschen was geben Geben wir dem mal drei Und sich mal healen Hä? Wo ist denn? Hä? Wo? Wo? Da oben? Oh Nice Aha Wo ist er? Irgendwo ist ein Big Boy Da ist mal Rapid Fire auf Dean da Wo ist denn der? Wo ist denn der Big Boy? Ey Ihr seid doch nicht Amp Amp Nice Okay das Beben ist richtig krass Das Beben ist ja abartig krass Einmal neben Hier Was ist da oben irgendwo dann mit dem Ding? Muss ja schon fast gewesen sein ne? Ich hör's auch nimmer Was ist da oben? Alle? Ah Au Also was Großes höre ich hier nicht mehr. Und da sind auch noch welche. In der Mitte ist direkt einer gelandet, oder? Oh, der hat mich abgebrochen. Der hat mich einfach abgebrochen, hat er mich... Ey, was soll denn das da? Ja, das reicht. Jetzt ist es vorbei. Zack. Warum? Sag mal. Eieieieiei. Oh, hello. Die direkt hinweg. Hä, wie krass ist das denn? So, jetzt komm. Jetzt aber. Zack. Bam. Oh, da ist wer. Hallo. Hast du die... Achso, die hat den... Achso, die hat die extra zu mir getragen. Nur ich kann wiederbeleben, ne? Hallo. Achso. Dann wieder... Ich bin dead, ne? Dann bitte Hilfe. Aber ich bin so dead. Oh mein Gott. Ich hab's überlegt. Ja, lass mich mal Jörg... Lass mich mal Jörg wiederholen. Ohne, dass der jetzt hier zu mir kommt. Das wär ganz nett. Hallo Jörg. So, weg mit dem... Einmal beben. Bam, 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 bam. Bam. So, dann... Das war's da. Ja, das war's gut. Weg, 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 weg. Oh, ich bin erschöpft. Danke. Uh, Dropkick. Ei, 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 ei. Nix da. Ja. Schön. Macht ihr... Macht ihr richtig gut. Richtig gut. So. Einmal beben. Weg mit dir. Nice. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt bin ich wieder außer Atem. Macht nix. Ja, ja, komm mal her, Jörg. Das, was mich nicht getroffen hat. Und weg mit ihm. Ich bin... Nearly dead. Raus da. Den haben wir aber, den haben wir aber. Nur nicht mich, nur nicht mich. Okay. So, kann ich denn... Vielleicht, Jörg, einmal mal... So ein Gegenstand geben? Äh... Shit. Aber mind, wir haben nicht mehr wirklich was zum Healen, ne? Aber doch schon so ein bisschen. Zack. So, Jörg, gönn dir mal. Wir bräuchten nicht so einen Healer. Möchten nicht so einen Healer, ne? So. Ja. Was ist mit dir? Warum sch... Warum schlägt da so eine Zivilistin mit rum? Sehr schön, sehr schön. Der ist gefallen, der ist gefallen, der ist gefallen. Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Du brauchst mir jetzt hier nicht. Ah, ja, weg. Jetzt wird's mir nix geben brauchen. So. Ich bin eh wieder außer Atem jetzt. Ja. Zack. Und verbrennen, 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 verbrennen. Sehr schön. Die letzte AP-Leiste. Und zack. Weg mit dir, du Oga. Huch. Oh Gott. Nee. Ui. Das ist schlecht. Aua. 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 So. Lass mich in Ruhe. Ja. Nee. Nicht Dropkicken. So. Schön. 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 Nein. Nein. Okay. Okay. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Oh. 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 Lass die Arme in Ruhe. Okay. Ja. Davon kriegen wir ein paar. Davon kriegen wir ein paar. Und außerdem gibt's wieder Full Life. Deswegen ich den noch besser machen kann. Ja. 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 Da legen wir hier mal die Mine. Und dann machen wir noch ein Beben. So. Sehr schön. Zack. 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 Das ist halt ein großer Zauber, ne? So. Und verbrennen. Jetzt bin ich zwar wieder außer Atem, aber macht nichts. So, der liegt da jetzt ehrlich ein bisschen drin. Aha. Nice. Ogasporn. So, was hast du hier zu suchen? Ich wollte euch danken. Tausend Gold in den Ragen geworfen. War auch an der Zeit. So, jetzt ist die Frage, ob wir noch ein bisschen was kombinieren können. Ne. Haben leider nicht wirklich mehr krass viel zu essen oder so. Müssen halt jetzt gucken, dass wir dann ein bisschen was sammeln. Sammelt ein bisschen was. Ja, ja. Blast nur euer Ohr an. So, zack. Bam, bam, bam. Okay, perfekt. Jetzt ein bisschen was zum Kombinieren. Na. Ich dachte, durch die Äpfel, maybe. Das Schweben ist halt mega cool, ne? Das Schweben ist halt geil. So, Ruine am Flussufer. Hallo. Bist du mich nicht mehr? Ich schlitze euch auf. Ich schlitze dich gleich auf. Wut der Hell? Richtig nettes Volk hier. Ach, da höre ich doch wieder Harpien. Immer kurz die Harpien clearn, die ihr anscheinend nicht clearn wollt, hä? Gott, dammit. So, wir gehen hier. Noch eine Truhe. Ja. Das noch eine Truhe. Zack. Mitruhe? Ne. Äh, noch ein bisschen gerümpelt. 350 Gold. Hm. Wo sind die Harpien? Ach, da. Tschüss. Nice. Zwei Stück und gone. Hab ich hier ein lockendes Rauchzeichen? Okay. Das hat hier ja gerade eben schon gesagt. Ich dachte, okay, das ist anscheinend ein Item. Äh, wir müssen noch weiter runter. Wir müssen Q mal wieder was zum Heal geben. Ja, 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 ja. Nur weil ich ein bisschen alter Mann bin. Was ist damit eigentlich? Benutzen? Ja. Tschüss, Jörg. Ach, was kann ich das denn abfeuern? Geht das auf Greifen? Kann ich das nur einmal abfeuern? Okay. Oh mein Gott. Ich muss es ausprobieren. Ich glaube, ich... Oh mein Gott. Wer... Wer ist denn das da unten? Wo waren die? Wer wollte mich lang machen? Wer wollte mich lang machen? Hä? Aber nee. Okay. So. Q ist, glaube ich, irgendwo da runtergefallen. Ähm... Dann müssten wir mal hingehen und müssten mal Q einen Gegenstand geben, der sich dann entdeckt hat. Nee, das war der falsche. Wait. Aber wir könnten, glaube ich... Können das da herstellen. Und dann können wir das da Q geben. So halb voll und fast leer. So halb voll und fast leer. Okay. Nice. Was ist denn das? Warum wird denn da jetzt was angezeigt? Irgendwie so als wäre da was. Nee. Ist das da unten? Kommen wir da runter? Ja, ne? Irgendwo. Maybe. Hier machen wir da hin. Da ist übrigens noch ein... Hier können wir noch ein Lager... Nee, hier können wir kein Lagerfeuer aufmachen. Okay. Doch, können wir? Spiel war verwirrt. Ich sehe. Okay. Ich hier lang. Was mit euch? Hallo. Oh. Oh. Was mit